Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatdoo! Mit mir, euer Nenya Shetendo! Wir sind hier bei Splatzones im Wanked Modus und wir sind bei MyMyResort, der neuesten Map der Zeit. Und ja, schau es doch mal hier das ganze Spielfeld an. Ich bin euer Nenya Shetendo und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, MyMyResort mit lustigen Splatzones. Das wird lustig. Okay, ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Das ist schade. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, okay, das muss ich erst mal wieder erreichen, da. Und da ist ein Sniper oben drauf. Habe ich gesehen. Perfekt weggemacht. So. Autsch. Der Aller war richtig gut raufgehauen auf mich. Nicht schlecht. Okay. Boah, ich weiß immer noch keine gute Taktik, ey. Okay, jetzt bin ich da wohl angehalten. Kann man hier rüber springen? Kann man perfekt rüber springen, musst du wissen. So, haben wir da so einen Sprinkler hin. Vielleicht bringt da was. Aber, was macht die Bombe denn da? Habt ihr gerade die Bombe da gesehen? Die war ein bisschen falsch platziert gewesen, möchte ich mal behaupten. Möchtet ihr halt oben einen Sprinkler hinhaben? Dankeschön. Nein. Nein, geh weg. Musst du nicht neu mal für sorgen. Ich komme da gar nicht hin so. Das ist ja interessant. Weg damit. Ha, der ist nicht rübergekommen. Geil. So, du kommst ja auch mal weg. Nein, weg damit. So, dann nochmal hier in die Mitte. Schnell weg. Den machen wir da auch nochmal weg. Uh, da oben der Sniper, der hat mich gesehen. Muss weg. Der Sniper hat mich gesehen. Ähm... So sieht ja gerade alles ganz gut aus. Aber der Sprinkler lebt auch noch. Cool. Oh, oh. Hilfe. Muss weg. Sniper. Ha, weg damit. Geil. Oh, der konnte das Ding aber doch noch absetzen. Autsch. Oh. Nicht schlecht. Ähm. Oh, das Wasser geht runter. Sehr schön. Damit haben wir mehr Fläche. Ob das gut ist, weiß ich noch nicht. Aber werden wir sehen. Oh, der war schlecht geworfen. Schade. So. Ich habe keine Tinte mehr. Hilfe. Ich muss weg da. So, mal hier in die Mitte mal wieder einen hinsetzen. Okay. Willst du aber auch einer immer wieder wissen hier hinten von der Ecke her? Da hinten kam gerade einer. Oh, das ist gerade doof, weil ich mache. Das ist gerade sehr doof, weil ich mache. Autsch. Autsch. Naja, ich habe einen getötet. Suicide-Modus-mäßig, aber okay. Ähm. Ja. Gegner führt. Ist nicht gut. Sollten wir anändern. Ähm. Oder eine Sniper ist aber auch fies da, ey. War weg da. Autsch. Boah, am schlimmsten ist gleich dieser Sniper. Ha. Gegner der Schärschaft. Perfekt. So. Boah. Okay. Autsch. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Oh. Hä? Der ist runtergefallen. Ha, der ist tatsächlich... Ne, der ist nicht runtergefallen. Okay. Gut. Man hat halt nur Connection. Boah, das ist echt eine harte Runde. Aber die Map ist eh sehr dynamisch, muss man sagen. So, weg da. Hier so einen in die Mitte hin machen. Genau. Dann hab ich doch gerade einen gesehen. Okay. Ach guck mal, da ist die auch hochgegangen. Ist ja interessant. So, machen wir mal hier hinten und uns auch mal ein bisschen bewegen. So, wunderbar. Ach, wir haben gerade die... Ah, das war's noch. Äh, wir haben gerade die Zone. Gut. Haben die immer noch? Haben die immer noch? Dein Team führt? Wunderbar. Boah, das ist echt... Äh, wow. Das ist echt cool hier gerade. Ich muss mal echt aufpassen, wo die immer herkommen, die ganzen Leute. Oh, oh. So, ich hab da mal wieder ein Sprinklein gemacht. So, der Sprinkler muss weg. Der ist weg. Wunderbar. Dann kommt so einer da, von mir aus. So. Wir haben es ja immer noch. Weg damit. So, hier. Das müsste reichen, der Tint fern, hoffentlich. So, genau. Hä, wie? Wie ist auf einmal wieder alles? Auer. Ha, weg damit. Schön. Boah, halt. Hier geht er aber auch ab. Jetzt ist schon wieder gegnern, Herrschaft. Wie können die das so schnell machen? Boah, diese doofen Bomben, ne? Das geht mir so auf den Kicks. So. Hä, Herrschaft. Gegnerherrschaft erlangt. Dann, wir haben die Herrschaft erlangt, dann haben die Wiederherrschaft erlangt. Okay, jetzt kann er mal einen Tinten-Titanen, das ist ganz gut. Wir gehen mal hier hoch. Ach, da ist ja eine Hallo. Ach, kommt schon. Die hab ich ja wohl getroffen. Ah, okay, gut. Oh, 37, 38. Ui. Ui, ui, ui. Okay. Dann wird's echt nochmal knappes Match. So. Und wieder alles blau. Wie immer. Boah. Alter, diese Haftbomben, Leute, ne? Das gespannen wir diese Haftbomben. Ich hasse es. Hat er mich getroffen. Oh, war knapp. Hilfe. Äh, Hilfe. Muss er weg. Genau so. Und so. Nochmal. Gleich einen hinterher. Genau. Perfekt. Autsch. Ich seh nix. Das reicht immer noch nicht aus. Von hinten kommt einer. Hilfe. Alter. Ihr habt doch einen Schaden. Oh nein. Das werden die gewinnen. Das werden die leider gewinnen. Und Ende. Schade. Wow. Boah. Das ist echt dynamisch da. Boah. Die ganze Zeit immer hin und her. Weil der Weg halt auch nicht so lang ist dahin, ne? Boah. Schon krass. Ui. Hehe. Gut. Okay. War noch A-Kämpfer. Ich hab 6-7. Hm. Nicht so gut. Okay. Minus 10. Juh-bop. Immer wieder runter. Sehr schön. Plus 5. Naja. Mal hin. Puh. Hehe. Kampfortsessen. So. Wieder Musik. Na. Die ist doof. Die ist gut cooler. Aber mein Resort ist echt cool. Aber sehr hell. Tut immer mehr in den Augen weh. Weil ich spürt hier meist im Duken. Also wir haben grad. Öh. Halb 10. Am einem Sonntag. Äh. Und. Das ist, wenn man so. Also ich hab zwar Licht an und so. Das ist schon sehr hell in den Augen. Äh. Wenn man so sonst mit den anderen Maps äh vergleicht. Äh. Aber ein Resort soll ja auch sehr hell sein. Deshalb passt es ja auch. So. Ich hätt gern noch mal gern mein Resort. Weil Markelenbrücke ist jetzt nicht so meins. Aber hätt ich jetzt auch nichts dagegen. Ja. Perfekt. Geil. Oh guck mal da Nintendo. Oh das ist aber schön. Das ist echt sehr schön. Man hätt ja auch noch mit den äh. Splatoon-Bannern so ein Flugzeug machen können. Was denn so ein Banner hinterher trägt. Das wäre doch auch voll cool oder? Das wäre bestimmt auch geil. Ich glaub nur will keiner glaub ich drauf achten in den Himmel. So. Dann gucken wie die Leute jetzt sein werden. Ich weiß gar nicht ob die jetzt alle gewechselt haben. Gerade oder ob. Ah okay. Also die haben schon mal Angriff. Ja von mir aus macht er dein Ding. Ich geh mal hier hin. Autsch. Autsch. Oh komm schon. Hört mal diese Höhenvorteile. Ja ist okay. Ähm. C lang gehalten. Das ist gut. Ähm. Ähm. Mr. Klassik bitte bewegt dich wenn du ein Sniper bist. Dankeschön. So. Damit erstmal hier wieder was machen in die Mitte. Genau. Hui. C lang gehalten. Reicht wohl nicht lange. Genau. Hat nicht lange geholfen. Autsch. Ey bitte was. Die hat mich total getötet. Boah diese Pathbombe bei der Map. Das ist der Hammer. Oh das Wasser geht's runter. Ne geht nicht hoch runter. Okay noch nicht. Oh das ist aber auch sehr nett hier. Fand ich sehr toll. Nicht. Boah Leute. Mach doch mal hier was anderes. Hallo. Ich möchte dich haben. Dankeschön. So. Geht doch. Mann das kann ich mal. Boah. Der herum geht mir so auf den Keks. Ey wir haben Herrschaft da lang. Ne. Immerhin. Würde zwar nicht lange sein. Aber übrigens etwas. Irgendwie. Was hab ich denn nochmal. Ich hab Bomben. Ich hab ja Haft. Ich hab ja solche Bomben. Ne. Ich hab meinen Springer. Genau. Hau. Ups. Da war ne Haftbombe. Boah die Haftbomben gehen mir so auf den Keks. Ne. Ey. Vor allem bei der Map. Ne. Die ganze Zeit ne verdammte Haftbombe. Können wir mal was anderes machen aus der Haftbomben. Dankeschön. Ja Dankeschön. Endlich mal etwas. So. Dann nochmal den da hin. Na der läuft der uns hat hier erstmal gehören. Dankeschön. Ha. Geht doch endlich mal. So. Geht doch. Jetzt werde ich hier bestimmt ja getroffen bei irgendwen. Von irgendwen. Nö. Alles gut. Au. Hilfe. Nein. Kein Tittenfischform anwenden. Autsch. Oh. Okay. Gut. Aber den habe ich auch weg gemacht. Hat nur mir viel gebracht. Okay. Ich hätte gerne immer noch da oben meinen Gernenspringkleid platziert. Das wäre immer noch mein größter Traum. Äh. Oh. Jetzt auch gut. Wo wir hier stehen. Machen wir mal da einen ran. Das wäre. Das war schon mal gut. Jetzt will ich ja ein bisschen auffüllen. Boah. Der Sniper macht das. Dankeschön. Oh. Da hat er wohl angefallen. Haha. So. Ich habe ja mein Dings-Fu-ID. Okay. Ich könnte mal da einen machen. Früher war vielleicht keine gute Entscheidung. Ich weiß es noch nicht. Oh no. Ich habe einen erledigt. Ha. Weg damit. Wunderbar. Ha. Auch weg damit. Wunderbar. So. Ähm. Ja. Es wird interessant. Mein Team führt. Da kommt wieder ein neuer Grüner. Autsch. 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 Okay. Ich lebe immer noch. Oh. Jetzt kommen hier nochmal Bomben hin. Sehr schade. Ah. Ist oben wieder da oben. Perfekt. So. Ähm. Da kommt auch wieder einer. Autsch. Ah. Schade. Da waren zwei Leute gewesen. Einer zu viel. Leider. Oh. Bei 14. Ab. Ah. Beim 14. Haben wir verloren. Schade. Sehr. Sehr. Schade. Geh weg da. So. Okay. Warte. Das haben wir bereit. Hin damit. Wunderbar. So. Dann nochmal ein Schwingler hin. Halbis können. Okay. Uiuiuiui. Autsch. Das habe ich gar nicht gesehen. Auf einmal stand da da. Aber ich habe ja erledigt. Okay. 14 gegen 45. Oh. Herrschaft verlangt. Sehr schön. Aber bestimmt wieder nicht lange. So. Eine Bombe. Eine grüne. Ja. Da oben ist eine grüne Bombe. Warum haben wir die ganze Zeit die grünen Bomben her? Könnt ihr mal auffallen damit. So. Weg damit. Das ist ja ekelhaft. Ja. Du da machst. So. Ähm. Ja. Oh. Hilfe. Weg. Hä. So. Wunderbar. Perfekt. Ne. Ist nicht lange gegnern. Er. Schafft. Hilfe. 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 Das war doof. Autsch. Autsch. Von was? Der war der Sniper? Ah nee. Der hat mich so erledigt. Okay. Gut. Oh oh. Gegenherrschaft. Wir müssen sie noch einmal stoppen. Dann haben wir gewonnen. Also hast du leichter gesagt als getan. Weil da würde ich jetzt bestimmt ja nicht mehr klappen wie wir uns kennen. Ihr seid doch doof mit einem Scheiß Bomben die ganze Zeit. Ah. Gewonnen. Oder? Oder oder? Ich glaube ja ne. Wo ist grün? Hä? Wo haben wir jetzt gewonnen? Haben gewonnen? Wir haben gewonnen. Yes. Aber die Spätszone ist doch grad grün. Ist ja interessant. Ist halt nicht so, dass es eigentlich dann stoppt. Erst wenn wir die wieder eingenommen haben. Vielleicht haben wir die ja ganz kurzzeitig eingenommen. Um 12.8. Das ist doch mal geil. Das gefällt mir. Sieg. Plus 12. Sehr schön. Also die Map macht Spaß. Die macht echt Spaß. Muss man sagen. Kommt ja manchmal nicht so rüber. Weil ich echt sehr konzentriert bin. Aber. Ihr könnt das glaube ich verstehen. Wenn ihr es selbst spielt. So. Ich habe 20 Supermuscheln. Die muss ich auch mal wieder einsetzen. Sollte ich mal machen. Letzte Runde für diesen Part. Wir warten auf unsere Gegner. Oder Mitspieler. Team Mitspieler. Wer weiß. Wer weiß. Wir sind vollzählig. Und wir können loslegen. Bitte nochmal mal im Ressort. Das wäre echt cool. Bitte. 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 Okay. Man kann nicht alles haben. Okay. Makreber ist auch okay. Glaube ich. Vielleicht. Werden wir sehen. Gut. Ein Sniper. Zwei Sniper habe ich gesehen. Müssen Sniper sein. Hättest jemand anderes sein können. Gerade Sniper ey. Bei der Map. Wo du keine Übersicht hast. Hölle pur sei euch. Hölle pur. Oh. Da geht schon wieder los. Da mit dem einen. Da oben. Siehste. Oh. Der bleibt da wieder oben. Muss man hier. Ich habe keinen Tinte mehr. Hilfe. Hilfe. Hier bist du auch. Genau da. Ich habe ich gesucht. So. Das da. Genau. Wunderbar. Ha. Wunderbar. Herrschaft erlangt. Weg damit. Wunderbar. Hilfe. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Weg. Weg. Genau. Okay. Jetzt sind sie wieder alle da. Da. Ähm. Hm. Oh. Da war ein Sniper. Da ist ein Sniper. Ist ja interessant. Hallo. Kuckuck. 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 Das war süß. Oh. Hat der wirklich ein Schild? Och. Mann. Schild ist doof. So. Hilfe. Böse Sniper. Böse Sniper sind böse. Ach. Guck mal hier. Echo Locator an. Geil. Okay. Warte. Bleib mal hier mein lieber Freund. Bleib halt nicht hier. Oh egal. Ha. Er war Überraschungsangriff. Sehr schön. Ja. Ähm. Das hier sieht halt echt gut aus. Weg damit. Ja. Das haben wir wohl einen One durch geschafft. Außer es passiert noch was. Aua. Aua. Ich sterbe zum Beispiel. Aber geschafft. Ne. Geschafft. Äh. Das war echt schnell. Das war nochmal neune Runde. Haha. Ähm. Jo. Das war grad. Interessant. Yay. Gut gemacht Leute. Guck mal Team. 5.1. Nie schlecht. Und die anderen nur 0. Da waren 2 Nuller Leute bei. Ja. Ist natürlich dann doof. Aber der Echo Locator hat vom einen da viel gebracht. Also. Da war schon echt gut gewesen. So. Kampffortzeit ist natürlich. Weil wir haben noch. Das war ein bisschen kurz. Also. Ne. Machen wir mal neun. Letzter. Aber jetzt nur die aller allerletzte. Aller allerletzte. Und dann ist Schicht im Schacht. Boah. Ich mein. Ist es für mich grad Sonntag. Und äh. Muss auch bald wieder ins Bett. Und ja. Davor muss ich noch ein bisschen was machen. Ja. Deshalb. Ne. Jo. Wird schön. Neue Woche. Neues Glück. Also ja bald. Ist ja bald Weihnachten. Und Silvester. Frei. Und ja. Wird schön. So. Kommt schon Leute. Ich suche noch 5 Mitspieler. Bitte. 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 Genau. Dankeschön. Von mir aus. Alle Japaner die du da hast. Bitte. Spiel. Mir egal. Ich nehme sie alle. Na komm. Bitte. Wenn es mal schnell gehen muss. Dann geht es halt nicht schnell. Ah. Dann noch einer. SVR Klage. Kage. Äh. Na komm. Noch mehr. Bitte. Noch mehr. Bitte. Gehen mal mein Resort gehabt. Naja. Gut. Ja. Nach Kehlenbrücke. Ja. Nach Kehlenbrücke. Oh. Let's go. So. Mal gucken. Wollen wir das nochmal hinkriegen. Wie gerade. Ich denke mal nicht. Aber man kann ja mal schauen. Ne. Yo. So. Ich muss aufpassen. Die rechts habe ich nicht runterfallen. Weil da ist kein Boden. So. Splatoon. Yummy. Schreibt einer. Das ist auch interessant. Ich habe den einen erledigt und hinter mir war noch einer gewesen. Sehr gut. Gut. Äh. Das geht besser. Äh. Hilfe. 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 Schade. Da habe ich mich mit der Tintenmine. Ist der noch. Ach der lebt nicht mehr. Ne. Der lebt nicht mehr. Da habe ich mich mit der Tintenmine fällig gemacht. Schade. Hallöchen. So. Okay. Das sieht gerade echt wieder gut aus. Machen wir da mal einen Schminkler hin. Oh. Da kommt aber auch einer. Wollt es auch einer wissen. Ist hier einer? Da ist einer. Komm schon. Oh. Hilfe. Autsch. Oh. Diese Tintenmine. Schlimm. So. Machen wir mal da einen hin. Just for the fun. Oh. Schon wieder 16. 14. Was ist denn da los? Hilfe. Aua. Autsch. Danke. Und das dürfte gleich gewesen sein. Ja. Das war es schon wieder. Also. Äh. Das war schon wieder fast ein Eindurch. Oh Mann. Ne Leute. Gib noch einen. Ich möchte noch einen. Ne. Damit bin ich nicht zufrieden. 3. 2. Oh. 4.0. Geil der eine Typ. Der war gut. Ne. Ich möchte noch einen. Vielleicht kommen wir noch auf A. Das wäre schön. A wäre echt geil. Vielleicht habe ich gerade echt einen guten One. Das kann sein. Ähm. Ja. Komm. Weiter. Weiter. Komm. Komm. Komm fortsetzen. Komm fortsetzen. Syll. Dumm. Ja. Das sieht es auch schön. So. Kommt. Drei Leute. Hätte ich ganz gerne. Drei Leute bitte. Ganz schnell anmelden hier. Noch einer. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Einer noch. Perfekt. Voll. Los geht's. Kampf beginnt. So. Aber jetzt. Letztes Match. Wieder auf Markkirchenbrücke. Ah. Mann. Ich wollte noch so gerne mein Myris heute haben. Na gut. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht spielen wir noch privat ein bisschen weiter. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Da da da. Da da. So. Do do. Oh. Da ist ein Boot. Hallo Boot. So. Machen wir da mal so ein Dings hin. Oh. Hilfe. Da ist ein. Autsch. Ey. Komm schon. Ich bin da ausgewichen. Ach man. Schade. Okay. Jetzt dürfen wir glaube ich gelb haben gleich. Ja. Da sieht sehr gelb aus. Und gelb hat es. Okay. Und die haben auch einen Echo Locator wohl. Das ist sehr doof. Jetzt haben die den Echo Locator Typen. Das ist aber sehr doof. Aua. Autsch. Ja. Geh mal weg hier. Genau. Ich glaube. Okay. Da muss man weggehen. So. Hier nochmal so ein Ding. Oh. Jetzt haben wir glaube ich zwei der gleiche gemacht. Hier. Haben sie auch. Na gut. Von mir aus. So. Wo sind sie hier die Leute? Okay. Das sieht gut aus. Ah. Da ist einer drauf. Siehst mich? Hehe. Hallo. Aua. Hä? Wer hat mich jetzt getötet? Ach. Das Algen. Doch. Der Algenfleckskonzentrator. Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber okay. Aber diesmal ist es ein intensiveres Match. Ah. Wir haben auch einen Echo Locator Typen. Sehr geil. Im Fall. Ähm. Verbindung ist nicht stabil. Das ist schade. Tschüss. Oder? Aber ich darf mich weiter bewegen. Okay. Okay. Ich lade gerade zwar nichts hoch. Und so. Also eigentlich dürfe mein Internet nicht belastet sein. Nein. Nein. Autsch. Aber ich habe ihn auch getötet. Geil. Hm. So. Also rausfliegen wäre jetzt noch doof. Wohl wir verlieren gerade. Obwohl ich kriege da Minuspunkt. Ist auch wieder doof. Äh. Ja. Nog mal da in die Mitte hin. Genau. So. Mein. Und die ganze Zeit hier aber auch. Lass mich in Ruhe da. Der eine will doch auch echt haben. Der eine wollte mich echt gerade haben. Die ganze Zeit. Machen wir da mal so ein Schwinglein. Obwohl der war doof gesetzt jetzt eigentlich. Äh. Aua. Oh. Da oben ist auch noch einer, ey. Weg damit. Ganz schnell. Hilfe. Autsch. Ja. Jetzt hat mich echt mal der Sniper. Na endlich. Hab mich schon gewundert, wann er mich mal trifft, ey. Äh. Aber. Ähm. Ja. Da dürfen wir glaube ich nicht mehr viel reißen können. Oh. Da passiert nochmal das Ultra Wunder des Jahrhunderts. Aber. Oh. Ja. Das war sehr gut gewesen. Nicht. Oh. Der Sniper ist schon wieder. Oh. Der Sniper hier auf der Map sind echt für die. Das ist echt zum Kotzen. Den habe ich. Aua. Ja gut. Warum habe ich es eigentlich hier rausgezogen? Mit dem. Wenn ich schon getroffen worden bin. Ich weiß es nicht. Okay. Letzten Szenen. Ja. 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 Gut. Ich hätte aufwenden sollen, wenn es am schönsten war. Ähm. Gut. Da war jetzt nur noch Blamage. Aber. Gut. Gehört dazu. Ja gut Leute. Hören wir euch vorschauen, was ist hier für diesen Part von Let's Plays. Batoon Online. Den Multiplayer hier. Ähm. Herrschaft. Mal Herrschaft, ne? Ich meine es ist die Herrschaft der Motos. Und wir sind fast wieder mit Batoon. Bis dahin. Soll ich dann schauen. Oh ja. Ne Yoshi. Oh. Minus 14. Ist aber sehr hart. Oho. Äh. Ja. Dann soll ich auch mal schauen, ne? Oh ja. Ne Yoshi. Tendo. Und so. Das war hart. Och Mann. Und so.